FKV 2017 Wir sind hier auf der Bau in München, sicherlich die Weltmeidmesse für das Bau und Thema Bauern mit allen Werkstoffen. Sie sehen unseren Messestand im Hintergrund und für Egger ist es die einzigste Messe, auf der wir alle unsere Produktlösungen zeigen können und wo wir neben unseren wichtigen direkten Kunden, dem Handel und der Industrie, insbesondere auch das Handwerk und vor allem die Verarbeiter unserer Produkte treffen und kennenlernen, unsere Produktlösungen vorstellen. In diesem Jahr ist ganz besonders wichtig, unsere neue Handelskollektion, die Egger-Dekorative-Kollektion, die Handwerk- und Architektur zu präsentieren, nachdem wir den Kollektionsstart schon mit dem Handel im Herbst 2016 hinter uns gebracht haben. Hier auf der Bau München feiert unsere Kollektion dekorativ ihre Premiere. Die Kollektion dekorativ ist die umfassendste Kollektion im Möbel- und Innenausbaubereich für Verarbeiter, Architekten, die Egger jemals vorgestellt hat. Sie zeichnet sich aus durch 300 Dekore im Materialverbund. Über 50 Prozent der Oberflächen und Dekore sind neu. Eine Besonderheit und wirklich ein Werkzeug, das allen Planern und Verarbeitern die Arbeit erleichtert, ist unser Nine-Grid-System. Eine Orientierungshilfe, in der Dekore angeordnet sind und die auch hilft, alle unsere Neuheiten für die Planung zu verwenden. Damit lassen sich tolle neue Raumkonzepte und Stilwelten gestalten, die wir in verschiedenen Stilwelten hier auf der Messe auch darstellen. Von den Produkten sind sicherlich unsere Perfect Sense Produkte oder auch Produkte wie die Feelwood-Familie, ein Highlight, aber auch Kante, Kompaktplatte oder Eurolight haben wir im Sortiment deutlich erweitert. Was die Services anbelangt, so ist die Kollektion sicherlich die umfassendste Kollektion, was auch Services anbelangt. Mit unserem VDS-Programm, mit Dekorkombinationen, aber auch mit unserer Egger-App bieten wir unseren Kunden viele neue Möglichkeiten, mit Egger-Produkten zu arbeiten. Also auf dem diesjährigen Bau, wir präsentieren neben vielen anderen Produkten natürlich auch unseren Design-Plus-Fußboden. Das ist eine Neuigkeit, die wir hier auch nochmal zeigen. Und wir haben eben sehr viele Dekore auf dem Messestand ausgestellt und zeigen neben diesen Dekoren eben auch Anwendungsvorteile, die das Produkt hat. Ein Anwendungsvorteil ist der Self-Repair-Effekt. Das ist ein Rückstelleffekt. Also wenn man praktisch mit Pfennigabsätzen über dem Boden läuft, dann hat man eine Einprägung. Das simulieren wir hier mit einer Presse. Wir pressen eine Münze in das Produkt hinein und nach drei Minuten nehmen wir das wieder weg. Und man sieht eben, dass sich die Prägung mit der Zeit wieder entspannt und der Boden dann wieder in seine Ursprungslage zurückgeht und wir diese Prägung eben nicht mehr sehen. Das ist ein großer Anwendungsvorteil an der Stelle. Wir zeigen hier am Messestand unterschiedlichste Bauprodukte. Wir zeigen das Ergo-Board. Ergo-Board ist eine Platte für den Innenausbau. Neben Ergo-Board sind wir vor allen Dingen im Dachbereich sehr stark. Dort bieten wir die 20 mm DRF-Platte als Unterdachplatte. Und genauso speziell für den osteuropäischen Markt ein Roofing-Board, eine OSB-Platte, die sich sehr einfach verlegen lässt. Wir gehen auch sehr stark in die Digitalisierung. Das heißt, wir haben hier am Stand die neue Egger-Konstruktionskatalog-App, die erweiterte App, wo man unter anderem jetzt auch neue Referenzen einspielen will. Wir sagen, ganz schön, wir werden hier am Stand der viele Egger-Konstruktionsk固en verständigt. Wir werden hier am Stand der Zeit herbergen eines Jets auf dem aquest Ort. Wir werden hier am Stand der Zeit runter. Wir werden hier am Stand der Zeit herbergen. Wir werden hier am Stand der Zeit herbergen. Untertitelung des ZDF, 2020